Die Verkehrssicherheit ist uns ganz besonders wichtig. Uns ist natürlich aber auch wichtig, dass man für sichere Straßen liegt, dass man sich die Straßen dann so ausbildet, dass man in der Grenzsituation, wenn es dann passiert, hat möglichst zu wenig körperlichen Schäden und auch zu keinen Todesfeldern das führt. Ich finde das ist eine sehr tolle Geschichte, dass wir ein Siegerheitstraining anbieten, das jeder nutzen kann. Ich finde das für sehr, sehr wichtig. Ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, dass er so eine Fahrsicherheitstrennung absolviert, dass er sich diesen Situationen stellt. Das Allerwichtigste ist erstmal die richtige Sitzposition, dann konzentriertes Autofahren und vorausschauendes Autofahren.